Hey Leute, es wird wieder Zeit für ein neues Let's Play und zwar gestern wurde ja, oder so ziemlich gestern wurde Lemmy's Revenge ja hier auf meinem Kanal hochgeladen, schräg schräg abgeschlossen und da habe ich mir, ich nehme mir wie angesprochen, wahrscheinlich angesprochen, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich es auch in der nicht hochgeladenen Aufnahme gesagt, aber werde ich diesen Freegame Hack auch noch spielen, aufgrund eines Levels, vor allem wegen eines Levels, aber das soll mal hier hingestellt sein, wir spielen jetzt Orb of the Kings, ja, wir wollen einen Orb suchen, damit wir ihn verkaufen können, soll uns das größtenteil sagen, so, Cuba Valley, der Hack ist so ziemlich blind, ja, er ist blind, ich weiß nur ein paar Stellen, die halt, die mir im Kopf geblieben sind, ich habe es mal angespielt vor einer Zeit, aber das denke ich mal jetzt hier nicht großartig erwähnenswert, das war hier, ja, das habe ich mir schon gedacht, der Hack ist, wie ihr wahrscheinlich im Startscreen gesehen habt, schon ein bisschen älter, und ich denke mal, ähm, oder, was weiß ich, ich denke, ich sage das jetzt an dieser Stelle mal, es wird definitiv ein Re-Let's-Play zu ASMT geben, habe ich mich jetzt zu entschieden. Okay, das war schlecht. Also, wie gesagt, ich werde es auch in der Beschreibung schreiben, es ist, es ist wirklich blind, also, sagen wir zu 95% ist es blind. Ja. Oh Gott, ich stelle mich heute wieder blöd an, man merkt, es ist 11 Uhr morgens bei mir, wie auch an der Zeitanzeige zu sehen. Oh, ich, bin ich denn heute so blöd, oder tue ich nur so, ey, das ist ja richtig schlimm gerade. So, weiter geht's. Hoffen wir, hier ist nicht wieder so eine Kaizo-ähnliche Stelle wie bei Lemmy's Revenge bei, obwohl der Hack richtig geil war, finde ich, also. Find 10 Coins to get a cape. You will need it to fly over the big hole. So, also, wir sollen 10 Münzen sammeln, um da rüber zu kommen. Wow. Ich glaube, ich habe mir den Weg gerade verbaut. Nochmal. So. Na komm. Na ist egal. So. Haben wir das. Also das Level habe ich noch im Kopf. Alles was hier nachkommt. Und halt das Scrolling Level, was ich einmal angesprochen hatte, glaube ich zumindest in irgendeinem Video. Das weiß ich auch noch. Der Rest ist Blind. So, wir haben jetzt das Cape bekommen. Also ab hier wird es halt Blind. Weil das an das Level kann ich mich noch erinnern. Gott, bin ich heute wieder am... Ne. Also das... Ne, ich sag dazu nichts. Kann ich überhaupt noch fliegen? Ich weiß. Ja, es geht. Oh, das ist Castlevania Musik. Immer wieder schöne Erinnerungen. Nicht? Aber ich wollte es ja damals halt den einen... Wirklich den allerersten Castlevania Teil spielen. Also... Denk mal, habe ich da auch eine gewisse eigene Schuld dran. Weil ich wusste, dass es assi wird. Aber mit so einem steifen Charakter... Wir sollen damit rechnen, ey. Drei... Komm, yes! Drei, vier... Waa? Fünf? So. Okay, da haben wir einen Pokey. Und das sieht nach einem Rätsel aus. Wie gesagt, ich habe es schon mal... Irgendwann habe ich es schon mal gespielt gehabt. Deswegen war da jetzt ein zweiter Save. Vor zig Monaten. Aber es ist, wie gesagt, schon wieder irrsinnig lange her. So. Hier lasse ich mich mal hinten, weil ich glaube, da wäre klein sinnvoller. Allein wegen dem Sprung hier schon... Sehe ich das schon wieder, ey. Das Klein hier mal wieder sinnvoller wäre. Ah, fuck it. Ich bin auch gar nicht eingespielt gerade. So. Okay. Jetzt. Ich tippe mal da rauf. Ja. Na, weil ich muss ja da letztendlich irgendwie rüber, weil Coinblocks benutzt man ja ganz gerne, um halt... Oder hat man damals gerne benutzt, um einen Weg rüber zu finden, beziehungsweise einzubauen. So, ich gehe erst mal hier weiter. Boah, die nervt mich auch langsam schon, ne? Boah. So. Und ich tippe mal rauf, da... Da ich... Dass ich die hier nutzen kann. So, was ist das für eine Röhre? Ich tippe auf eine Reset-Röhre. Jo, eine Reset-Röhre ist das. Ne, hier kann ich die, glaube ich, nicht. Obwohl, warte. Ich glaube, dafür war das Springboard hier gerade gedacht. Egal. Was haben wir hier? Eine Münze. Oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ah, ach so, ich muss... Ah, stimmt ja. Da war ja irgendwas. Boah. So, okay. Okay. So, jetzt. Wow, das war ein bisschen früh. So, hier durch und... Nächstes Level. Was ist das? Vulcano Expedition. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich ein Vulkan, wäre jetzt gedacht. Und das ist... Airman Musik. Oder? Ist das Airman Musik? Ich werde es wahrscheinlich gleich wissen. Ist das die Airman Musik? Ich... Also, ich tippe auf die Airman Musik aus dem Zweier. So spontan. Wow, fuck it. Okay, muss ich warten. Ach, dieser Penner, ey. Hier, das. Oh, der. Oh, was mache ich denn hier, ey? Ich gehe ja gar nichts geschissen heute. Was darf ich denn? Warum leckt das hier gerade so ekelhaft? Haft. Frap's neue Datei mal wieder, tippe ich einfach mal. So ganz spontan. Also, das ist... Das kann... Also, das stehe ich jetzt nicht. But it doesn't matter. So. Ich versuche schon alleine gar nicht die Röhren zu nehmen, weil ich ja eh gesehen habe, dass das hier kein Secret hat. Hä? Was? Muss ich so hochspringen? What? Mario, forget the orb. The volcano is erupting. Escape from here. Hurry up. Okay, tun wir das doch einfach mal. Oh. Lustig. Ah, okay. Ich muss... Ah, so. Gab's hier nicht so einen Trick? Ah, genau. Ach so. Ja, wie auch sonst. Okay, das ist... Ja. Okay, ja, hier... Also, ich merke schon, hier wird viel mit Coin-Blocks gearbeitet. Äh, das... So. Ja, das war klar. Na, komm. So, ich tippe mal nach links. Jo. Hä, witz. Wow. Oh, was ist denn heute mit mir los, ey? Es ist ja gerade ein Traum, ey. Ach so, ja. Die muss ich ja jusen. Sie get's, er ist gerade. So, wo sind wir jetzt? Äh, wieder hier quasi. So, Ziel. Cloudly Adventure. Ich... Ähm... Da weiß ich den Exit und ab diesem Exit, sprich, im nächsten Part, äh, wird's komplett blind. So, hier weiß ich noch den Exit. Ich würd sagen, wir machen den Exit. Oder beide Exits. Und dann mach ich hier erstmal Schluss mit dem ersten Part. So, ist das Secret. Führt uns zum Magic Fortress. Ich möchte aber vorher noch den normalen Exit hier machen. Wow. Oh Gott, ey. Ich kann echt nichts mehr. Ich hab in der letzten Zeit zu viel Mega... Vor allem zu viel Mega-Mann gespielt. Speziell nur Konsens viel, was ich wahrscheinlich nie ohne Saves schaffen werde. Ganz ehrlich, aber okay. Oh nein. Nicht so ein Schrott. Oh nein. Wow. Ey, heute... Heute ist echt nicht... Heute geht echt nichts gerade mit mir, ey. Ganz ehrlich. Wirf. Danke. Alles. So. Du musst ja an den Bogen fliegen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird mir ein bisschen Zeitgut machen. Ey, was heute mit mir los ist, ist nicht feierlich, ey. Wie weit ist denn das Level noch? Aber das ist schon ein Fall. Das zeigt mir... Es könnte demnächst ein Ende in Sicht sein. Was haben wir denn hier? Haben wir Ziel? Oh. Okay. Na, scheiße. Wenn wir mal auf den Mittelpunkt... Oh fuck. Ist nicht der... Scheiße. Scheiße. Oh. Ey, heute... Ey, heute ist es nur... Heute wird richtig gefailt bei mir hier gerade, ey. Das ist echt nicht feierlich gerade. So, ich dachte schon, ich müsste den usen. Wenn das überhaupt geht, das weiß ich gerade gar nicht. Aber, äh, warum nicht? Oh, Ziel. Yes. Oh, ist der nervig, ey. So. Ähm, ich würde sagen, wir machen die Magic Fortress. Das soll das Scrolling-Level sein, dass ich... Dass ich hier schon mehrmals angedeutet und angesprochen habe. Und nächstes Mal sind wir uns wieder hier bei Opus for Kings. Komplett blind dann. Also, bis dann und ciao.